na 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 holz halloche freunde bei den crazy movie cats zu guten wie auch zu schlechten und da alter heute gibt es wieder mal den zweiten teil der einen heute gibt es den zweiten teil von einem ausmissigen hall wir Wir haben wieder Blu-Rays und DVDs aussortiert. Viel Spaß beim Schauen der Ausmisterei. Ich habe wieder ausgemistert. Ein bisschen. Ich wollte eigentlich kein Video machen, aber ich habe gedacht, damit wieder mal ein bisschen was auf meinem Kanal passiert, dann zeige ich euch, was ich mal wieder aussortiert habe aus meiner Sammlung, damit ich mal wieder irgendwas Neues dazu stellen kann. Und ich fange an mit den DVDs, die ich aussortiert habe. Und dann die Blu-Rays. Okay, einmal habsicht stellen. Wollte ich zwar nicht aussortieren, weil das noch eine tolle Erinnerung von früher ist, als ich damals im Kino war. Und naja, egal. Ich, hier. Humi-Man. The Crazies. Noch im Steelbook. Ich habe mir da doch einige Steelbooks. Kann man hier nicht aussortieren, aber... Passt du einmal damit. Ich habe hier noch einen uralten Snapper Case. Von... äh... Deep Blue Sea. Boah. Das war noch Zeit, hä? Uralt Zeit, hä? Mit dem alten FSK. Die Zeichen noch drauf. Hier hinten. Und dann habe ich noch... Dead Snow. Und... Ein uralter Film hier. Ein einfacher Plan. Von 98. Dann noch eine Special Edition... Dissn? Edition. DVD. Mann, beißrund. Dann... Vertical Limit. Dann... Sankt oben. Und... Einen aus einer anderen Wühlkiste geholten Film. Den haben Nachbarn bei mir unten vorm Haus in einem Karton. War eine Kiste voller DVDs. Und da konnte man sich einfach DVDs rausholen. Und da war ich doch einer, der das auch gemacht hat. Und dann habe ich mir... äh... Ja, hier die Entdeckung der Unendlichkeit. Den hatte ich doch nicht gesehen. Aber den sortiert natürlich auch aus. Was soll ich damit? Und jetzt kommen wir zu den Blu-Rays. Da habe ich jetzt American Hustle. Und... Silver Linings. Silver Linings. Und... Birdman. Und... Birdman. Green Moon. Und... Alita. Und... Und... The Mutation Game. Mr. Nice. Auch in einer Special Edition? Oder wie ist das? Two Discs Special Edition. Ja, das sind die Filme, die ich aussortiert habe bis jetzt. Vielleicht gibt es ja noch mehr irgendwann. Das war der zweite Teil der aus Misting Blu-Ray-D4D-Videos. Also... Sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Oder vielleicht auch mal bei einem neuen DVD-Update. Ne? Bis zur nächsten guten und schlechten Unterhaltung. Eure Crazy Movie Cats Tante. Mh... 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 Mh...